Elmar Wepper ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Sein Vater war der Jurist Friedrich Karl Wepper, er gilt seit Anfang 1945 als in Polen vermisst. Elmar Wepper ist der jüngere Bruder von Fritz Wepper, seinen ersten kleinen Filmauftritt hatte er 1957. Mit 14 Jahren spielte er erstmals im Theater Die kleine Freiheit, nachdem er bereits beim Hörfunk mitgewirkt hatte. Eigentlich wollte er jedoch Medizin studieren. Er machte das Abitur und absolvierte zunächst seinen Wehrdienst, bevor er sich, auch inspiriert von seinem Bruder, Umbesann und Theaterwissenschaft und Germanistik studierte. Wepper war zunächst vor allem Theaterschauspieler und Synchronsprecher. 1974 konnte er sich als Fernsehschauspieler etablieren, als er in der populären Serie Der Kommissar die Nachfolge seines Bruders Fritz antrat. Besonderen Erfolg hatte er in den Fernsehserien Polizeiinspektion 1, Irgendwie und Sowieso, Unsere schönsten Jahre und zwei Münchner in Hamburg als Partner von Uschi Glas. Für seine Rolle als Krebskranker, der in Doris Durys Film Kirschblüten, Hanami mit dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau konfrontiert wird, erhielt Elmar Wepper den Bayerischen Filmpreis 2007 und den Deutschen Filmpreis 2008 als bester Hauptdarsteller. Im selben Jahr wurde er auch für den Europäischen Filmpreis 2008 nominiert. Wepper ist als Synchronsprecher viel gefragt. Er lieh internationalen Stars wie Mel Gibson, Dudley Moore, Gene Wilder oder Ryan O'Neill seine Stimme. Auch Walter König, besser bekannt als Chekhov in Star Trek, wurde von Elmar Wepper in der Serie wie in den Kinofilmen synchronisiert. Er lieh außerdem Christopher Timothy als Tierarzt James Herriot in den ersten drei Staffeln der britischen Fernsehserie Der Doktor und das Liebe wie seine Stimme. Elmar Wepper ist verheiratet und hat einen Sohn. Er lebt heute in Planeck. Soziales Engagement Elmar Wepper engagiert sich im Stiftungsbeirat der Tabaluga-Kinderstiftung für Kinder in Not und ist offiziell ernannter Botschafter für die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung. Seit 2019 ist Wepper gemeinsam mit seiner Schauspielerkollegin Michaela May Schirmherr beim gemeinnützigen Verein Rädler eingetragener Verein, der in der Seniorenhilfe tätig ist. Dort engagiert er sich bei der Aktion «Telefonengel» gegen die Einsamkeit älterer Menschen in der Corona-Krise. Kochsendung mit Alfons Schubeck Seit 1997 wirkt Elmar Wepper an der Seite von Alfons Schubeck in dessen Kochsendung Schubecks im BR Fernsehen mit. Auszeichnungen 1990, Silberner Bambi 2007, Bayerischer Filmpreis als bester Hauptdarsteller, für Kirschblüten, Hanami 2008, Deutscher Filmpreis 2008 als bester Hauptdarsteller, für Kirschblüten, Hanami 2009, Orden wieder die Neidhammel der Nürnberger Luftflotte des Prinzenkarneval 2009, Preis der Deutschen Filmkritik als bester Darsteller für Kirschblüten, Hanami 2009, Bayerischer Verdienstorden 2016, Bayerischer Poetenthaler 2019, Bayerischer Fernsehpreis für sein Lebenswerk.